Zum Beispiel, diese ist 80 Euro, das ist 80 Euro, Publikum, Publikum Preis. Ja, 45 Zentimeter lang ist. Ah ja, 50 Zentimeter lang. Das ist 50 Zentimeter. 45, bitte. Ja, gut. Verschiedene Farben. Ja, das ist Citrin. Wie heißt diese Naturstein? Citrin. Citrin. Von Columbia. Nein, das ist Brasil. Brasil. Ja, Basel. Basel. Lila, keine Lila. Das ist gut. Ja, wie ist das? Keine Lila. Keine Lila Farbe. Lila Farbe habe ich gerne. Das ist echte Pils. Echte Pils. Echte Pils. Wie viel kostet diese? 100 Euro. 100 Euro. Echte Pils. 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 Das ist Brasil. 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 Basis. Basis sind hier. Basis sind hier. Das sind 80 Euro. 80 Euro. Ja, das ist so. Auch 80. Auch 80. 30 Euro. Das ist nicht. Das ist Emro. Das ist Emro. Das ist Emro. Von Black. Das ist Emro. Das ist Emro. Das ist Emro. Nein, nein. Das ist ja. Das ist Emro. Um, Strah. Das Emro. Das ist Emro. Von Which land? Das ist Kolumbia. 30 Euro. Das ist für Abendkleid. Oh, das ist gut. Wie viel kostet die? 2.000 Euro. 2.000 Euro. Oh, 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 oh. 50 Euro. 500 Euro. Komm mal. Eier mehr Fain desto teuer. 這個小的亮晶晶的, 閃晶光的, 項鑾,500塊錢. 還是參觀價, 呵呵, 就今天這個Messor的參觀價, 市場價還都貴三倍. Ja, ja. 500 Euro 500 Euro Ja, ja. Und... Und diese Stein, das ist auch ein Stein, ja. Diese 500, wer heißt der? Äh... Stein. Eier-de-namen. 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 Diy-am-ant. Oh,金剛的. 金剛鑽, 為什麼亮啊? 為什麼貴啊? 就是它是稀有物品呢, 金剛石做的. From which land? South Africa. 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 Kann man sagen Saudi-Arabien? Nein, Südafrika. 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 Wie heißt die Hauptstadt dieser Land? Hauptstadt, wie heißt der Name? Südafrika. Südafrika. 南非, ganz Eck. In the Eck. 南非, das国家叫南非,南非共和国, 這麼來的金剛石, Unglaublich, 你看,它都藏在這邊上,這都不值錢的, 不能代表它公私形象的,即便金色亮亮的也是不值錢, Das ist ein Mensch. Die erste, die die Diamante ist. Wir wussten nur, dass wir die Diamante haben. Die Diamante ist wie die Diamante. Ich habe es nicht gedacht, dass die Diamante ist. Das ist die Teuerste von ganzen Fischmuck. Die Diamante ist die Teuerste von allen Fischmuck. Alles klar. Danke. Youtube. Ja, können Sie schauen. Ja. Punkt. Klaus. Meine Youtube. Konto Nummer. Danke. Tschüss. Diamante ist die Züge. Das sind die Züge. Das sind die Züge. Das sind die Züge. Und das sind die Züge. Nawal. Macho. Windows Nummer nicht. das Züge. Und das sind die Züge. Das ist die Züge. ZIGI-PÄY, ZIGI-PÄY Welche Geschäft in Deutschland haben Sie? Ja. Welche Stadt haben Sie Geschäft? Eddauberstrand. Aber welchen Stadt in Deutschland? Frankfurt. Frankfurt. Heute Liege 어 capacities. Vier und auf dem Deutschland zum anderen. Na sind es hier drauf? Ja. Räufiggebur. 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 Und die sind hier drauf. Räufiggebur. Was heißt Harber geboren? Harber mit Maschiner schon gemacht. Die Ante. Die Ante. Die Ante. Die Ante. Was für das was die Kứngleisch? Nah und für die Kứngleisch drinnen, und auch links, das ist einzcz pretzügen! Das ist die Kieren. Das ist die Kiste. Das ist die Kiste. Das ist die Kаете. Das ist die Kiste. Das ist die Kiste. Das ist die Kiste für 500 Jahre. Das ist die Kiste. Oh, vielleicht ist es noch eine 4.000 Euro. Hey, ja, das ist die Schmutzung. Die Schmutzung ist die Diamante. Na? Welche Dame trägt oder star Man trägt Diamant-Ketten oder Diamant-Beschmuckung. Dann muss man sofort wissen, dass es teuer ist. Je mehr grob, desto günstiger. Das Design ist sehr gut. Grüne, gelbe und gelbe in der Mitte. Das ist schön, schön, schön. Das ist eine traditionelle Kultur. Aber kann man nicht wegbringen. Mal fragen, wie teuer? Ach so, wie teuer, ja. Nur Fragen? Ja, nur Fragen. Das ist zusammen oder nur in der Mitte? Zusammen. Mit langer Kette. Welche? Die? Alles zusammen? Alles zusammen. 42 Euro, Gramm. Und diese? Äh, ne. Und diese? 3.400 Euro. 317 Euro. 317 Euro. 317 Euro. Ja. Ah, ja. Alles gut. Schön. Komplette IQ. 1 Gramm ist 2511 Gramm. Das ist mit Gold. Ah, ja. Deshalb? Ja, ja. Und dieser gelbe Stein, welche Materie? Russland, Bernstein. Bernstein? Ja. Natur. Für gesunde Gute. Ja, ja. Alles klar. Danke. Bitte. 2500. Danke. Ja, ja. Man muss wissen. Sonst, unsere Zuschauer weiß nicht, was ist das. Unsere Leser. So ist es. So. Oh. Gebe mich großen Stein mit Gold. Kostet 2500. Und dann, die äußere, diese gelbe Grüne, kostete 350. Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Alle Gäte von Steinhandel. Verdienen. Überall ist der Steinhandel. Steinhandel. So ist es. Das sind die rear-tellie. Oder auf Kostete der Steinhandel. **** Es ist ein kleines Haltes, ein kleines Haltes, mit einem kleinen Haltes mit einem kleinen Haltes Haltes. Es ist ein kleines Haltes. Oh! Das ist ein kleines Haltes. Ich möchte, dass man hier in der Dessert in der Europäischen Union in der Europäischen Union guter Design, guter Kunst, guter Weisheit, ne? So, so, gute Design, gute Kunst und gute Weisheit. So, so, so guter Design, guter Kunst, guter Weisheit. So, so guter Design, guter, guter Kunst, guter. Und je mehr Gräuze, je grüße, desto... grüßtiger ... Hier ist es ein Jahr 5. Die Amante. Das ist 2. Die Amante. Der Bedeut. Das ist die meisten von Indien. Indien von Indien. Das ist die Karte. Das ist die Karte. 45 Euro. 45 Euro. Ich will nur gucken, welcher ist der teuerste? Der teuerste. Großhandelspreis ist schon mal 18 Euro, nicht 45. Wenn Sie nur eine wollen, 45. Wenn Sie ungefähr 8 Teile bei uns abnehmen, 200 Euro. Welche Städte sind Sie? Niederlassung. Welche Städte sind Sie? Aus Deutschland. Frankfurt? Nein, München. Das ist die teuerste Kette. Warum? Smaragd. Nur wegen Maragd. Smaragd, weil die Steine so teuer sind. Von welchem Land? Kolumbien. Und wie teuer? 1.600 Euro. Wenn Sie nur eine wollen. Keine Gold, nur Steine. Ja, die Steine. 650 Großhandelspreis. Überlege mal. 1.000 Euro. Dann auf dem Markt. Für einen. Wenn auf dem Markt. Für Endkunden. Wie teuer? Für Endkunden 1.600 Euro. Für Großhandelskunden 650 Euro. Aber da müssen Sie mehr nehmen. Da können Sie nicht eine Kette. Wie heißt dieser Stein? Smaragd. 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 Ja, Emerald. Aus Kolumbien. Berg. Dieser Stein. Aus dem Berg. Ja, ja. Natur. Farbe ist auch Natur. Alles Natur, ja. Nicht behandelt. Natur. Alles klar. Alles klar. Tausende. Tausende. Und dann auf dem Markt. Wenn nicht heute auf dem Markt. Ja, ja. Im Laden. Das ist meine Meinung. Ja, im Laden. Vielleicht 1.600 oder 2.000. 1.600. Was. Danke, danke. Große Überraschung. Hehehe. ね كل Pizza. Was. Sehr gut angeempiert. Ich habe mich verloren. Ich sageï 72 Jahre. Ich gehe nach DRiemien. Ich mache mich verloren. udes sin caps. Ich gehe 있었 Game of True Farm. Ich sage jetzt står, dass ich hier komme. Für die Baum. Ich mache mich überraschung mitfee. Boris Heys sehr gut einget. Sow nummer mich verloren. Ja, ja. AAPP tick pigladı. Das ist eine kleine Höhle. Und dann ist die Körlund-Bi-A. Das ist das Körlund-Bi-A. Das ist das Körlund-Bi-A. Das ist das Körlund-Bi-A. Wir sind wir. Wir sind wir. Wir sind wir. ... ... ... ... ... 3,000 Euro oder 4,000 Euro. Das ist der Echt. Peel. 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 Peel.